Das jüngste gegen das älteste Team der Liga, beide in den Herbst gestolpert, der BVB und der VfB Lübeck verpassen es regelmäßig für gute Leistungen entsprechende Punkte zu ernten, mit lautstarken mitgereisten Fans im Rücken der VfB, der BVB mit neuem Torwart, Drittliga-Debutant Thiago Estebao vertritt den rot gesperrten Lodga und leitet diese Szene ein. Dortmund in schwarz und gelb nach nur wenigen Sekunden, Julian Hett war auf und davon und Sören Redemann dazwischen in höchster Not. Wichtig für die Lübecker diese Gegenstöße im Griff zu behalten, Julian Hett war der Topscorer der Dortmunder, 5 Tore, 4 Vorlagen, hier fehlt nicht viel zu seinem 10. Scorer. Auf der anderen Seite Götzüserin, der Topscorer in der dritten Minute, das war eine muntere Anfangsphase. Und da sind wir immer noch drin, die Dortmunder, der Ballverlust darf nicht passieren. Einfach mal drauf gehalten und Poland in der zweiten Welle, noch nichts zu tun für Thiago Estebao. Zwölfte Minute, noch Anfangsphase, Götzüserin, immer wieder Götzüserin und die Lübecker, die bleiben dran, besetzen konsequent die Box und dann ist es Tarek Götzüserin. Für Züserin, 6 Vorlagen, 2 Tore, hier fehlt nicht viel zu seinem dritten Treffer. Wieder der VfB, Standard und Schneider und Boland. Riesengelegenheit in der 17. Minute für die Gäste. Boland verhindert hier den wahrscheinlichen Treffer des Jan-Mark Schneider. Der 36-Jährige, zurück in der Startelf, in der Halbzeit Rauch und Köpfe. Zimmermann gegen seinen Ex-Verein Pfeiffer, will mit dem Aufsteiger mutig bleiben. Zweiter Durchgang, Kamara, Sahnepass auf nassem Untergrund, Julian Hetfer. 59. Minute im Regen vom Stadion Rote Erde. Das ging viel zu schnell für die Marzipanstädter und die kurze Ecke, gefährlich weit offen gelassen von Klevin. Der 30-Jährige Rückhalt der Lübecker im Glück. Nur kurz darauf, Eckball, Ole Polmann. Der Ballstreichler, der findet den eingewechselten Zuber und Elongoyombo. 62. Minute, das 1 zu 0. Der Außenstürmer nach dem Standard mit seinem dritten Saisontreffer. Zuber, der den Ball scharf macht, am Ende nicht zu halten für Klevin. Der Fehler, der passiert vorher in der Zuordnung. Auf der anderen Seite der Aufsteiger direkt mit der Antwort. 66. Das 1 zu 1. Und natürlich bringt Götz-Süserin den Ball. 7. Vorlage in dieser Saison. Sören Reddemann mit seinem ersten Saisontreffer klettert am höchsten und sagt Dankeschön. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Samuel Bamba eingewechselt. Erst Sommer hier taktisch am Trikot gezogen und dann nur wenig später Pulido umgenietet. Der Platzverweis, zu Recht das 19-jährige Eigengewächs übermotiviert, sein Trainer verständnisvoll. Ja, Sammy wurde in letzter Zeit schon das eine oder andere Mal kritisiert, dass er nicht so gut mit nach hinten arbeitet. Jetzt wollte er helfen, dann war es vielleicht einen Tick zu viel. Das passiert, das brauchen die Jungs halt. Er wollte der Mannschaft helfen, deswegen kein Vorwurf passiert. Jan Zimmermann will dabei helfen, dass seine Spieler erwachsen werden, tut er hier. Und Lübecks Trainer, der sagte zuletzt beim Magenta Sport Drittliederer Podcast, keine Blumensträuße mehr für gute Leistungen. Heute ist immerhin ein Punkt. In unserer aktuellen Situation beschweren wir uns, glaube ich, nicht, wenn wir einen Punkt mitnehmen. Wir haben hier kämpferisch ein sehr gutes Spiel gemacht. Vieles ist auch aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben, sehr diszipliniert. Wir hätten vorne noch ein, zwei Sachen besser ausspielen können. Aber auch bei Standards waren wir immer gefährlich. Von daher sind wir, glaube ich, erst mal mit dem Punkt, beziehungsweise andersrum, wir müssen ja mit dem Punkt leben. Aber ich glaube, aufgrund der Leistung können wir auch darauf aufbauen. Ja, so ist es. Der BVB 2 mit mehr Spielanteilen, der VfB etwas mehr Torschancen. Am Ende eine gerechte Punkteteilung ohne komplett befriedigte Partei. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.